So, alternativ kann man die Updates auch über JAST durchführen. JAST ist quasi die grafische Oberfläche dafür. Leider ist das hier bei Gekulino, dass ich mit meinem Root-Passwort einfach nicht auf JAST komme. Der erkennt einfach mein Passwort nicht. Also ich habe keine Ahnung, denn wenn ich jetzt einfach das Terminal aufmache und darüber einfach sudo und dann JAST2 eingebe, dann einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS. Und heute habe ich mir mal ein Betriebssystem rausgesucht, von deren Gruppe wir schon lange nichts mehr gehört und gesehen haben, hier auch auf dem Kanal. Und zwar Gekulino. Gekulino ist quasi ein Fork von OpenSUSE. Und OpenSUSE haben wir tatsächlich gar nicht so häufig hier auf dem Kanal gehabt. Habe ich bisher noch nicht so häufig gehabt. Ich glaube einmal mit OpenSUSE ganz normal. Und ja, dann schauen wir doch mal, was andere Betriebssysteme basierend auf OpenSUSE denn so drauf haben. Unter distrowatch.com ist Gekulino auf Platz 69 der Popularität, zumindest hier auf distrowatch zu finden. Das ist immer so ein kleiner Indikator, wie häufig man dieses Betriebssystem denn hier auf distrowatch.com eben anklickt. Und es ist auch vor kurzem quasi ein Update rausgekommen. Da wurden also die ISOs wieder geupdatet und wieder erneuert. Ja, was macht Gekulino jetzt so anders als zum Beispiel OpenSUSE selber? Das haben die Entwickler von Gekulino hier selber nochmal komplett aufgelistet. Hier mit How is this different from OpenSUSE? Und da geht es halt um so Sachen wie zum Beispiel die Multimedia-Kodex, die dann hier schon mitgeliefert werden. Und dann geht es auch um den Paketmanager Pac-Man oder das Repository Pac-Man. Nicht zu verwechseln mit dem Pac-Man-Paketmanager für Arch Linux. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Gekulino gibt es seit 2016, aber erst so 2017 ist das Ganze dann so ein bisschen mehr in die Bekanntheit, auch in den Medien, in die Medien gerückt. Und ja, zum Beispiel ein Journalist namens Jack Germain direkt auch hier gesagt, I see Gekulino doing for the OpenSUSE world much of what Linux Mint did for the Ubuntu Universe years ago. Also er sieht die Zukunft von Gekulino ähnlich gelagert wie diese von Linux Mint in Bezug auf Ubuntu. Ja, dann werden wir das jetzt mal feststellen, ob Gekulino wirklich das nutzerfreundlichere OpenSUSE ist. Auf Gekulinox.github.io finden wir dann quasi so eine schlanke Homepage. Das ist völlig in Ordnung. Das ist quasi direkt an Github mit angelehnt. Man kann dann hier quasi auch den Quelltext dann einsehen. Und unter Downloads finden wir dann eben die verschiedenen Editionen. Ähnlich wie bei OpenSUSE gibt es ja hier auch zwei Editionen, nämlich eine Stable-Version, eine sogenannte Gekulinox Static. Diese entspricht im Prinzip OpenSUSE Leap, also dieser Stable-Version quasi. Und dann gibt es noch ein Rolling Release, das Gekulinox Rolling. Und das ist im Prinzip das, was dem OpenSUSE Tumbleweed entspricht. Und dann gibt es noch eine Gekulinox Next Edition. So, hier sieht man dann schon, es gibt insgesamt acht Desktops zur Auswahl. Wobei der achte ist Bare Bones, das ist quasi ohne Desktop. Das ist einfach nur das Betriebssystem ohne grafische Oberfläche. Und hier finden wir dann quasi neun. Hier kommt nämlich zusätzlich noch Gekulinox Rolling OBS mit Pantheon Desktop dazu. Der Pantheon Desktop, den kennen wir von Elementary OS. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Und bei der Gekulinox Next Edition, hier kommen dann auch nochmal die OBS Repositories dazu. Das sind die OpenBuild Services, glaube ich heißt das. Da geht es im Prinzip für Entwickler quasi interessant. Die brauchten dann wirklich die neueste und letzte und aktuellste Software auf ihrem Rechner. Und das wäre dann Gekulinox Next. Und die gibt es dann entweder mit Next Plasma oder dem Pantheon Desktop. So, wir nehmen aber das Flagship Desktop quasi. Das, womit das quasi auch hier beworben wird. Sieht man im Prinzip auch schon hier auf den Bildern. Es handelt sich hierbei um Cinnamon. Und dann klicken wir da mal drauf. Gehe ich auf Problems Downloading sofort. Und werde hier NetColon auswählen, weil NetColon für mich jetzt hier am besten läuft. Und am schnellsten ist. Ja, und dann werde ich mal schauen, wie sich die Installation hier verhält. So, eingelegt und gestartet öffnet sich hier der Grub Bootloader. Sehr schön im Design von OpenSUSE. Hier haben wir dann im Prinzip die Einträge. Und da gehe ich einfach auf Gekulinox Static Cinnamon. Anders als zum Beispiel OpenSUSE gibt es hier eine Live-Umgebung. Denn bei OpenSUSE startet ja sofort der Installer. Da installiert man das quasi direkt. Und dann kann man erst nach der Installation auf das System zugreifen. Hier ist es ähnlich wie bei den meisten Betriebssystemen auch. Man startet hier in eine Live-Umgebung rein. Und startet aus der Live-Umgebung heraus den Installer. Ja, hier haben wir dann auch schon die Oberfläche Cinnamon. Erinnert einem tatsächlich sofort an Linux Mint. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir können jetzt hier den Language-Installer mal machen. Mal schauen. So, und der Language-Installer, der installiert dann einfach nur Sprachpakete für die Software nach. Ich werde jetzt hier mal die Auflösung etwas anpassen. Hier ist ja standardgemäß alles auf Englisch auch eingestellt. Das ist für mich jetzt hier für die Installationsroutine auch erstmal in Ordnung. So, und schon haben wir hier eine wunderschöne hohe Auflösung. Es sieht mir ein bisschen klein aus, aber das ist ja erstmal egal. So, dann Install System. Sieht aus wie der Calamaris-Installer. Jawohl, das ist er dann auch. Das habe ich hoch. Habe ich ja schon mal angedeutet. Auch ich finde, der Calamaris-Installer ist wirklich der beste Installer für alle Beteiligten. Also nicht nur für die Benutzbarkeit für den Endnutzer, sondern auch für die Entwickler, die unglaublich flexible Installationsroutine hier entsprechend bauen können. So, EFI. Wir haben EFI-System, UEFI-System. Hier möchte ich die Festplatte löschen. Und hier kann ich jetzt auswählen, ob ich denn ein ButterFS-System EXT4 haben möchte oder mit Swap, ohne Swap, Auslagerungsdatei. Ich nehme ohne Swap mit ButterFS. Und verschlüsseln möchte ich jetzt nicht. Das ist dann auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man das Ganze auf einem Notebook zum Beispiel installiert. Und so sieht das Ganze dann aus. 50 GB Festplattenspeicher habe ich hier vergeben. So, und dann können wir im Prinzip schon anfangen, hier unseren Benutzernamen und so weiter einzugeben. Machen wir hier Gecko-Box draus und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Und dann machen wir einfach weiter. Und hier wird jetzt nochmal alles zusammengefasst, was wir denn so haben werden. Und dann gehe ich einfach auf Installieren, bestätige, dass die Festplatte jetzt platt gemacht wird. Und dann heißt es abwarten und Tee trinken. So, und jetzt bin ich hier mal aus dem Hintergrund, bereits am Schneidetisch, bin ich jetzt dabei beschäftigt, das Video zusammenzuschneiden. Und schon mal kleiner Spoiler ahead, es wird im Laufe des Videos, wird es zu Problemen kommen bei dem Zugriff auf das JAST 2 Control Center. Ich werde also JAST nicht öffnen können, zumindest nicht die grafische Oberfläche, sondern lediglich die Terminaloberfläche von JAST. Und habe im ganzen Video im Prinzip nicht verstanden, woran das liegt. Und jetzt hier beim Schneiden ist mir aufgefallen, welchen Fehler ich tatsächlich gemacht habe. Und das will ich dir mal ganz fix noch zeigen. So, und zwar bin ich jetzt, wir sind ja jetzt hier an der Installationsroutine quasi. Und ich werde jetzt hier mal Vollbild machen. Und du siehst jetzt hier, habe ich bei der Installation, nutze das gleiche Passwort auch für das Administrator-Konto. Das ist standardgemäß angehakt gewesen. Und das habe ich auch kurz erwähnt. Und aber versehentlich dabei draufgeklickt und dann auf Weiter geklickt. Was dann bedeutet, dass der Haken dann entfernt wurde und das Administrator-Konto kein Passwort hatte. Und der Nutzer-Typ ebenfalls kein Administrator mehr war. So, das gucken wir uns mal ganz kurz hier an. Und so weiter einzugeben, machen wir hier Deko-Box draus. Und dann ein sicheres und kompliziertes Benutzer. So, Achtung, jetzt. Zack, jetzt habe ich nochmal Pause gedrückt. Hier habe ich jetzt versehentlich, also ich habe das wirklich nicht mitgekriegt. Habe ich versehentlich den Haken rausgenommen. Das heißt, hier wird jetzt eigentlich ein Passwort erwartet für das Administrationskonto. Und ich habe hier einfach auf Weiter geklickt. Und dann kam die Zusammenfassung und deswegen hatte der Benutzer-Typ keine Administrationsrechte mehr. Ergo konnte das Ganze ja gar nicht funktionieren. Zumindest konnte ich den Sudo-Zugriff für den Benutzer-Typ dann doch noch aktivieren. Aber eben für das Öffnen des JAS-Control-Center in der grafischen Oberfläche, wie das jetzt gleich in der Zukunft, wenn du jetzt das Video weiterguckst, gleich kommt. Da wird es leider nicht funktionieren. Wenn du aber eine Idee hast, wie man das Ganze nachträglich noch einrichten kann, dann schreib mir das ruhig unten in die Kommentare rein. Oder komm in den Matrix-Space, zu mir in den, so ein Typ im Internet, Matrix-Space. Und dann können wir ja dort ein bisschen darüber diskutieren. So, und nun weiter im Video. So, was ich eben noch vergessen hatte zu erwähnen, was auch ein Alleinstellungsmerkmal von Gekko Linux in Bezug auf OpenSUSE ist. OpenSUSE lässt sich quasi nur übers Internet installieren. Das heißt, da gibt es quasi diese NetInstall-CDs. Da zieht sich dann immer die aktuellsten Pakete direkt bei der Installation aus den Repositories. Während wiederum Gekko Linux hier eine reine Offline-Installation ist. Das heißt, die ganzen Pakete, die jetzt hier installiert wurden, kommen jetzt direkt aus der ISO und wurden eben nicht aus den Repositories geladen. So, die Installation ist durch und ich gehe jetzt auf Neu starten. Dann haben wir hier wieder den wunderschönen Grub Bootloader. Und hier steht auch schon Start Bootloader vom Read-Only Snapshot. Auch das eine Besonderheit von Gekko Linux. Denn Snapper ist standardgemäß mitinstalliert und macht regelmäßig bei Installation von Software und Updates, legt ja regelmäßig automatische Snapshots an, so dass man dann, falls das System irgendwie mal abschmiert oder nicht mehr funktioniert nach einer Installation oder nach einem Update, kann man direkt in einen solchen Snapshot wieder zurückladen. Man kann also das System dann quasi wieder zurücksetzen. So, hier oben sehen wir, haben wir jetzt hier schon diverse Sprachen. Das liegt daran, weil ich eben vorhin die Language Installations ausgeführt hatte, noch bei der Installation. Da hat er das Ganze nämlich hier gleich mit übernommen. So, ich werde jetzt hier einfach German Germany auswählen. Und dann einmal Login. Und mal abgesehen von der Fehlermeldung ist jetzt hier unten alles auf Deutsch. Und ich nehme mal an, das Menü ist ebenfalls auf Deutsch. Nein, ist es nicht. Das Menü ist nicht auf Deutsch. Dann werden wir erst mal das Display ändern. Und dann folgen wir einfach den Anweisungen auf der Webseite, beziehungsweise auf der GitHub-Seite von Gekko Linux. Denn dort steht noch mal ganz genau beschrieben, wie man hier die Sprachpakete anpassen sollte. Das machen wir erst mal hier noch mal über diesen Language Installer. Möglicherweise hat er das dann doch nicht für die Installation übernommen. Oh, das ist ja interessant. Das Root-Passwort hat er jetzt hier nicht genommen. Warum auch immer. Hm, das ist interessant. Der hat das schwere und komplizierte Passwort nicht genommen. Kurioserweise habe ich mich noch mal aus- und noch mal eingeloggt. Und jetzt ist tatsächlich alles auf Deutsch. Allerdings funktioniert das Sudo-Passwort nicht. Da ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Sudo und dann Nano und hier irgendwas test.txt anlege und ich hier das Root-Passwort eingebe, beziehungsweise mein Nutzer-Passwort im Prinzip, dann funktioniert das nicht. Das ist interessant. Das Problem müssen wir erst mal lösen. Gut, das hat jetzt geklappt. Da gab es ein, ja, ich weiß nicht, ob es ein Einrichtungsfehler ist, ob es vielleicht ein Fehler vom Entwickler ist oder von mir, wer weiß. Da gab es ein Problem in der Einrichtung von der Sudo-Datei. Das ist ja die Datei, die dann eben festlegt, wer hier was darf. Und da war nur der Root-User als einziger User, der eben Root-Rechte hat, drin. Und ich bin mir auch nicht so sicher, in welchen Gruppen ich jetzt selber bin, weil die Real-Gruppe war zum Beispiel komplett ausgegraut und also ausgeklammert. Aber ich weiß auch nicht, ob ich jetzt überhaupt in der Real-Gruppe drinne bin. So, ja, ich bin in der Real-Gruppe drin. Das heißt, ich hätte jetzt in der Sudo-Ausfall einfach die Real-Gruppe aktivieren können. Das ist nicht passiert. Das hätte eigentlich automatisch, schon wenn man bei der Installation mir anbietet, ob mein Nutzer auch Root-Nutzer sein soll, also Administrator sein soll, muss dann die Real-Gruppe in der Sudo-Ausfall bereits freigeschalten sein, sodass ich dann als Root-Nutzer mit meiner Real-Gruppe eben darauf zugreifen kann. Ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht. Ich habe nochmal die Live-ISO gestartet, habe dann die Installation eingehängt und habe in der Sudo-Ausfall einfach den Nutzer-Typ jetzt als Administrator, als Root-Account mit hinzugefügt. Und, ja, somit bin ich jetzt im Prinzip, ja, Root-User, ne? Gut, dann haben wir das Terminal gerade aufgehabt. Wir lassen es nochmal auf, gucken gleich mal rein, was wir hier für einen Kernel haben. So, das ist der Kernel 5.1421. Das ist der, der jetzt auf der ISO mit war, der quasi mit der ISO mitgeliefert wurde. Der aktuelle, zu dieser Aufnahme, der aktuelle LTS-Kernel ist 5.15. So, und ja, dann werden wir doch einfach mal schauen, ob wir jetzt hier die Aktualisierung mal durchführen können. Dazu gibt es im Prinzip einen ganz einfachen Befehl und zwar ist das Zipper und dann D-U-P. Genau, Sudo-Rechte werden benötigt. Und jetzt funktioniert es auch. So, mit D-U-P, also Zipper D-U-P kann ich im Prinzip updaten. Und dann werden die, ja, hier die Schlüssel geholt, die Keyrings und dann entsprechend die Repositories synchronisiert. So, hier werde ich jetzt gefragt, möchte ich die Installation durchführen? Standard ist ja, also drücke ich einfach Enter. Und dann heißt es einfach kurz abwarten, bis das Update durch ist. So, alternativ kann man die Updates auch über JAST durchführen. JAST ist quasi die grafische Oberfläche dafür. Leider ist das hier bei Gecko Linux, zumindest jetzt hier bei meiner Installation so, dass ich mit meinem Root-Passwort, mit meinem Sudo-Passwort, einfach nicht auf JAST komme. Der erkennt einfach mein Passwort nicht. Und ich habe jetzt schon diverse Internetforen durchgestöbert. Die aktuellsten, in Anführungsstrichen, Lösungen waren irgendwann von 2010. Und das Ergebnis war immer irgendein Kernel-Bug. Und da wurde auch immer vorausgesetzt, dass man KDE-Plasma hat, dass das wohl daran liegt. Also, ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass mein Sudo-Passwort, mein Root-Passwort hier nicht erkannt wird. Denn wenn ich jetzt einfach das Terminal aufmache und darüber einfach Sudo und dann JAST2 eingebe mit dem Passwort, dann funktionierst. Dann bin ich allerdings in so einer Art grafischen Oberfläche, was im Prinzip gar nicht so schlimm ist, weil das ist ja trotzdem in Ordnung und dann kann man so rüber ebenfalls die Updates entsprechend durchführen. Ja, dann hat das Ganze ein bisschen einen grafischen Charakter. Ich werde den Vorgang jetzt einfach mal abbrechen und bin dann hier wieder auf der Startseite vom JAST Control Center. Und hier über das JAST Control Center gibt es diverse Sachen zu entdecken. Man kann hier zum Beispiel die Repositories entsprechend hinzufügen und entfernen, die man denn so haben möchte. Man kann auch bestimmte Software-Blacklisten unter dem Punkt Do Not Install, hier ganz links. Ja, oder bestimmte Versionen, die so behalten werden müssen, die unter einem kleinen Umständen entfernt werden dürfen zum Beispiel. Ja, all das kann man hier im JAST Control Center entsprechend einstellen. Ich werde jetzt hier wieder auf Cancel gehen. Bei Media Check, da kann man dann im Prinzip die eingelegten Media, CD-ROM zum Beispiel oder ISO in dem Falle, entsprechend überprüfen. So, ich könnte jetzt auf Start oben drücken, hier, dann würde die Überprüfung jetzt starten. Das ist für mich jetzt aber hier nicht notwendig. Ich werde jetzt hier einfach mal schauen, ob man hier irgendwie mit, ja lässt sich hier irgendwie nicht. Das muss man dann tatsächlich immer durchtappen hier. Ich hatte so gedacht, ich könnte jetzt hier einfach mit den Buchstaben einfach arbeiten als Tastenkombination. So, und hier haben wir die Repository-Listen, die Mirror-Listen. Das Gute bei diesen Listen ist, wenn man ein Update in eine nächsthöhere Version haben möchte, zum Beispiel nehmen wir mal an, es würde OpenSUSE-Liebe 15.5 rauskommen, dann genügt es tatsächlich, wenn man dann hier entsprechend die Versionsnummer dann einfach anpasst und dann zum Schluss ein Update durchführt und schon werden die neuesten Updates von der neuesten Version gezogen. So steht es zumindest auch im Wiki. So, ich werde jetzt hier einfach auf Cancel drücken. Da tappen wir hin. Gut, das ist das Just Control Center und ist auf jeden Fall eine perfekte Alternative zum Terminal. So, wir schauen mal nach, was wir hier so alles haben. Wir fangen mal bei Büro an. Da haben wir zum Beispiel die LibreOffice-Bibliothek. Da können wir ja zum Beispiel mal öffnen. Es wurde ja eben geupdatet auf eine recht neuere Version. So, das müsste die in der Version 7. irgendwas sein. Genau, 7.3. Und hier steht zwar jetzt locale.de, aber User Interface E-N-U-S. Das heißt, hier ist ja alles auf Englisch. Huch, jetzt habe ich hier versehentlich auf PDF gedrückt. Hier ist ja oben alles auf Englisch. Wir können mal schauen, ob wir das Ganze hier auf Deutsch eingestellt kriegen. Dazu einfach in den Einstellungen auf Language Settings und dann schauen wir mal. Hier ist leider nur Englisch USA drin, obwohl die Formate, die Locale-Formate alle auf Deutsch sind. Und da können wir Abhilfe schaffen, indem wir einfach das Sprachpaket Deutsch für LibreOffice installieren. Das machen wir mit sudo-zipper und dann erst mal Refresh. Refresh ist immer zu empfehlen. Damit holt man sich immer wieder die aktuellsten Listen. Die sind aber jetzt aktuell, weil wir das System ja bereits entsprechend aktualisiert hatten. Und dann einfach mit sudo-zipper installen. Dann einfach LibreOffice minus L10N. L10N ist im Prinzip die Sprachdateien und dann halt die Sprache, die man haben möchte. In dem Falle Deutsch. De. So, jawohl. Und da wird dann auch zusätzlich noch MySpell, also eine Rechtschreibprüfung, beziehungsweise eine Rechtschreibprüfung mit nachinstalliert. So, das war dann auch recht schnell. Dann können wir hier im Prinzip zumachen. Kärnze. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Büro, LibreOffice. Ich nehme jetzt einfach das LibreOffice. Und hier sehen wir jetzt, jetzt ist es schon auf Deutsch. Zumindest hier und hier oben hat er es eben auch auf Deutsch. Also es wurde ganz einfach jetzt angepasst. Und er hat sofort das Ganze aus den lokalen Locals übernommen. Und hat automatisch die Spracheinstellung Deutsch dann übernommen, basierend auf den Locals, auf dem Gebietsschema, was das System auch hat. Und automatisch werden jetzt die deutschen Sprachpakete immer bei den Updates mit installiert. Das kann manchmal notwendig sein, diese Locals einfach nachzuinstallieren. Und das sollte sogar bei jedem Betriebssystem auch ungefähr mal dasselbe sein. Also egal, ob du Arch, Linux, Mint oder sonst irgendwas hast. Es ist immer, die Locals sind immer diese L10N-Dateien. Das ist tatsächlich schon fast programmübergreifend. So, was haben wir noch unter Grafik? Haben wir PIX. Das ist ein Bildbetrachter oder ein Bildkatalog. Einen Bildbetrachter haben wir noch und einen Dokumentenbetrachter. Firefox ist der Standardbrowser, den wir hier installiert haben. Und Thunderbird ist unser E-Mail-Client. Und auch hier möchte ich jetzt mal ganz fix schauen, welche Version vom Thunderbird wir denn jetzt hier aktuell haben. Wenn ich das jetzt auf die Schnelle herausfinde. Hier, Help. Und About hier ebenfalls analog, das ist die 91.12. Das heißt, ist ja auch klar, wir haben eine Leap-Version, also eine Stable-Version. Das heißt, die neueste Version 102 ist hier noch nicht verfügbar. Ah, hier steht die Version auch. Und bei Mozilla Thunderbird ist das ähnlich wie bei LibreOffice. Auch hier einfach die deutschen Sprachpakete nachinstallieren. Wobei ich mir vorstellen kann, dass man das hier ähnlich wie im Firefox bei den Einstellungen machen kann. Account Settings. So, einfach auf Preferences. Und dann können wir hier mal schnell schauen, ob wir hier Lang finden. Dann haben wir hier Language. Search for more language. Add. Dann Deutsch. Oder German. So. Hinzufügen. Okay. Und fertig. Und schon ist alles auf Deutsch. Ist also ganz einfach. Ähnlich wie beim Firefox. Und Transmission ist ein BitTorrent-Client-Pidgen noch als Chat-Tool. So, Clementine ist als Media Player vorinstalliert. Genauso wie der VNC Media Player. Das sind zwei sehr, sehr gute Player-Zubehöre. Da gibt es halt die üblichen Verdächtigen, die bei Mathe auch immer, äh, die bei Cinnamon auch immer mit dabei sind. Wie zum Beispiel der, äh, der Taschenrechner-Galculator. Eine Archivverwaltung ist mit dabei und ein Textverarbeitungsprogramm. Unter Einstellungen befinden sich eben alle notwendigen Einstellungen, äh, die es so gibt, um eben das Betriebssystem hier optisch auch zu konfigurieren oder auch technisch zu konfigurieren. Von den Schriftarten über die Tastatur bis hin zu, äh, ja, Internetkönnten, die man hier schon hinterlegen kann. Kacheln, Farbe und Erweiterung. So, bei Systemverwaltung, da können wir dann hier, hat man dann hier eben die Tools, die auch in Jast mit verfügbar sind. Gerade Nutzerverwaltung sollte dann gerade bei, bei Gecko Linux oder auch bei SUSE Linux generell über Jast durchgeführt werden. Man kann es aber auch hier über Benutzer und Gruppen, also über die GTK-eigenen Anwendungen entsprechend einstellen. Hier ist dann auch nochmal der Language Installer. Hier werden dann die Sprachpakete alle nachgeladen. Und das war es im Prinzip auch schon. Es gibt diverse Jast, ähm, Anwendungen, Jast Hostnames, Keyboard, Language, MediaCheck und so weiter und so fort. Jast Software und das Software Management, das finden wir dann ebenfalls dann in dieser, ja, Teil-, in dieser Terminal-Anwendung. Und, äh, da waren wir ja vorhin schon mal kurz drin, ne, da haben wir vorhin schon reingeschaut. Im Prinzip genügt es, wenn man einfach Jast startet und von Jast aus kommt man dann überall auf diese, ich sag mal, Module hin. Und, äh, hier lassen sich auch, äh, Sachen finden und suchen und dann kann man hier entsprechend Software einfach nachinstallieren. So, wenn ich hier rechtsklick auf den Desktop mache, dann sehe ich, dass hier alles noch so ein bisschen halb Deutsch, halb Englisch ist. Das heißt, die Übersetzung ist hier noch nicht komplett durch. Und, äh, das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Ich kann hier zum Beispiel den Hintergrund des Schreibtisches ändern und schaue mal, ob wir, ähm, ein paar Standard-Hintergrundbilder irgendwo finden. Meistens unter User, Share und dann Backgrounds. So, da es Backgrounds nicht gibt, gibt es dann noch Wallpapers, da könnte man schauen. Jawohl, da haben wir. Und hier gibt es einige Default-Wallpaper, die man hier nutzen kann, unter anderem auch OpenSUSE-Default-Wallpaper. Und so wie es aussieht, sind diese, ja, alle entsprechend ähnlich. Und hier sind dann nur die Standard-Wallpaper drin. Das heißt, wenn du noch ein paar Wallpaper nutzen möchtest, dann empfiehlt es sich, diese entsprechend herunterzuladen. Irgendwo aus dem Internet. Wenn ich in die Systemeinstellungen gehe, dann habe ich hier auch Zugriff auf im Prinzip alle Einstellungen, die auch den Cinnamon-Desktop betreffen, unter anderem auch Themes. Und unter Themes, da kommt einem dann bestimmt die eine oder andere Sache dann schon bekannt vor. Unter anderem zum Beispiel die Mint-Oberfläche, Mint-Dark in dem Falle. Numix ist ja hier der Standard-Design, aber wer das Mint-Design toll findet, der kann natürlich Mint auch aktivieren. Und hier gibt es dann noch die diversen, ja, Ordner-Icons. Und das lässt sich ebenfalls alles aus dem Internet wieder nachladen. Da kann man dann diverse Sachen einfach, ja, nachziehen. Und hier gibt es sogar noch ein paar Vorlagen, dann gerade auch hier unten für das Menü hier unten. So, und wenn ich hier auf Add and Remove klicke, dann werde ich gegebenenfalls gefragt, ob ich den Cache nochmal aktualisieren möchte. Ja, und kann mir dann entsprechend auch ein anderes Theme, ein neues Theme herunterladen. Und da können wir das Ganze jetzt einfach mal aus Spaß testen. Wir nehmen eins, was besonders auffällig ist. Wir nehmen Loki. Sieht ganz nett aus. Das probieren wir jetzt einfach mal. So, das hat er installiert. Und dann kann ich jetzt hier entsprechend Loki auswählen. Und so kann ich hier unterschiedliche Themes einfach aktivieren. Hier unten sehen wir jetzt, ist es ein bisschen transparenter. Hier habe ich jetzt Loki, das ist dann sehr viel dunkler alles. Oder ich lasse es einfach auf Numix. Dann haben wir diesen Standard-Style. Gibt es noch Obsidian, das ist auch so mit Transparent und so weiter. Wer das also lieber mag. Ja, so, dann gibt es auch die berühmten Desklets für Cinnamon. Auch hier kann man diese dann entsprechend auch herunterladen, wenn ich das möchte. Da gibt es dann zum Beispiel, können wir hier Disk Space zum Beispiel nehmen. Und dann wird hier ein Desklet geladen, welches sich Disk Space nennt. So einfach auf das Plus drücken, dann wird es aktiviert. Und hier wird jetzt zum Beispiel der Festplattenspeicherplatzverbrauch entsprechend angezeigt. Und wenn ich draufklicke, dann öffnet sich auch der Root-Ordner quasi. Also der Hauptordner. Und das Ganze kann ich dann hier noch konfigurieren. Je nachdem, wie ich das denn haben möchte. Welches Dateisystem angezeigt werden soll und so weiter und so fort. Man kann auch ein eigenes Label dann an, ein Desklet-Label entsprechend sich anzeigen lassen. Und hier dann noch das Design. Kompakt. Klassisch. Oder eben dünn. Dünn ist jetzt das, was wir eben hatten. Kompakt wäre dann das. Sieht auch sehr gut aus. Finde ich auch gut. Ja, und dann kann ich das einfach so wieder entfernen. Das sind dann also die Desklets. So, damit wären wir dann durch. Das ist das NeoFetch-Logo ist das von OpenSUSELEEP. Da ist also kein Gecko-Logo oder ähnliches drin. Und was gibt es zu Gecko-Linux zu sagen? Meines Erachtens hat Gecko-Linux durchaus das Zeug, das Linux-Mint-Äquivalent für OpenSUSE zu sein. Das Schöne finde ich, dass es Gecko-Linux eben auch als Rolling Release noch zusätzlich gibt, dass man das auch anbietet. Und im Prinzip hat Gecko-Linux hier den Vorteil, dass quasi alles out of the box schon vorinstalliert ist. Auch die Media-Kodexen sind alle hier schon drauf. Und dass die Installation eben auch offline erfolgen kann. Was ich jetzt ein bisschen schade finde und ich weiß nicht, ob das jetzt an Gecko-Linux direkt liegt oder ob das wieder so ein OpenSUSE-Problem ist, dass ich hier eben nicht auf das JAST-Control-Center so zugreifen kann, was auch immer das für ein Bug wieder ist, woran das auch immer wieder liegt. Und falls du weißt, woran das liegt und welchen Fehler ich vielleicht gemacht habe oder was ich hätte einstellen können, lass es mich mal bitte unten in den Kommentaren wissen. Dann bin ich vielleicht schlau und dann probiere ich das auch nochmal aus. Ansonsten für Anfänger hervorragend geeignet, sehr schön nutzbar, sehr einfach nutzbar. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.